...meist weibliche Personen, die als durchtrieben und niederlich angesehen wird. Es ist auch ein totes Tier, das als Köder für Raubwild verwendet wird. Was? Ja. Okay, also jedes Mal, wenn wir jetzt jemanden als du da bezeichnen, ist er einfach nur ein totes Tier. Punkt. Einige wie uns darauf. Wenn jemand nachfragt, soll er nachgoogeln. Es ist ab sofort nur noch ein totes Tier. Punkt. Ich sag nur, das bezeichnet in der Jägersprache ein totes Tier, das zum Anlocken von Raubtieren verwendet wird. Das wird an einem Platz ausgelegt. Inzwischen werden solche Plätze auch von Naturschützern angelegt, um Vögel, insbesondere Geier und Rotmilane und Raubtiere zu füttern. Nochmal, wir sagen das Wort ab sofort, also wir beleidigen sofort, ab sofort, wenn wir als Luder bezeichnen, ab sofort nur noch diese Person als Leiche, als totes Tier, als totes Etwas. Okay? Raubtierfutter. Genau. Ey du Luder. Ey du Raubtierfutter. Aber tatsächlich kannte ich das anders und zwar als quasi ein anderes Wort als H, H, U, das Wort, was immer für Frauen. Kann man auch. Ne? Genau. Und deswegen. Richtig. Und deswegen. Als so harte Beleidigungen kenne ich es bisher. Deswegen. Okay. Ich nehme jetzt diesmal ein Fotoapparat mit. Alles klar. Und ja, wie gesagt, gerade weil man das kann, ne, auf diese Bezeichnung wollte ich nämlich hinaus. Hallo Guys. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, 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 Zeichen. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, wo immer du bist. Gib mir ein Zeichen. Sicherung ist an. Äh, sie hat gerade was geworfen in der Küche, glaube ich. Gib mir ein Zeichen. Also irgendwo hat sie was geworfen? Ja, hier. Hier ist gerade irgendwas. Die hat hier gerade irgendwo was in der Nähe geworfen. Wohnzimmer? Nein, negativ. Wohnzimmer heißt negativ. Doch, warte mal, hier liegt ein Knochen. Ja, und irgendwas wurde geworfen. Das habe ich auch gehört. Ich wollte gerade sagen, die Schalttür ist ja auf, aber das ist gar nicht richtig parallel hier, ne? Ja. Tatsache. Hier eine Ecke. Gib uns ein Zeichen. Zeichen, 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 Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Kamera steht. Gib uns ein Zeichen. Geil, bei mir ist da keine Cam drauf. Achso. Wo bist du? Wie alt bist du? Ah, die kommen mal mit. Wie alt bist du? Lass doch die Tür auf. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wieso brauchst du Hilfe? Wieso brauchst du Hilfe? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich komme nicht mehr raus. Foxy, komm mal in den Keller runter. Boxy, hier unten! Schau mal. Kommt man dahinter? Sag mir das mal. Ach, von hier? Hä? Oh, lol. Man kann sich da einfach reinglitschen. Wie komme ich hier da raus? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Oh, das ist ein Schiff. Oh, das ist ein Schiff. Oh, das ist ein Schiff. Ich klopfe ans Fenster. Ich höre auf, hier Sachen oben zu schmeißen. Okay, das war's. Ich bin weg. Alter, war der schnell! Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. krieg sie für alle. Dankeschön Rieser. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018